Lalalalalala... Hm, ich sollte mir mal ne schöne Loro craften, dann kann ich überall zu meinen Freunden. Hey Kumpel, was willst du denn noch mit Loren? Hast du das nicht mitbekommen? Der Server hat mir halt einen Flugzeugmod auf dem Server installiert. Hm, ich glaube meine Minecraft Spieler finden Survival langsam zu langweilig. Hm, was hab ich denn so in der Mods Schublade? Oh, den Flugzeugmod. Den nehm ich doch mal und pack ihn in den Server rein. Ich werde der allercoolste Serverspieler ever sein. Also mach ich mir jetzt ein Flugzeug mit grünem Farbstoff, grünem Farbstoff und einem super Ultrakristall. Hihihi Wow, er fliegt ja wirklich. Ja, fliegen ist so toll. Hihihi Hä, was ist das denn? Ein Skelett? Oh nein, das hab ich ja ganz vergessen. Oh nein, das hab ich ja ganz vergessen. Hm, das hab ich ja ganz vergessen. Vielen Dank.